DAI präsentiert GAMERA gegen VIRAS Frankensteins Weltraummonster greift an Nachricht an Heimatsystem VIRAS Mission fehlgeschlagen Schiff 1 tritt schwer beschädigt den Rückflug an Sende sofort Schiff 2 aus Ein Meisterwerk von dem Regisseur Niriaki Uasa GAMERA, der Retter der Erde und Freund der Menschenkinder Das ist ja GAMERA Wer ist denn hier verschwinden? Der ist harmlos, GAMERA ist unser Freund, er hat Kinder gern Das heißt, zwei sind verschwunden? Habt ihr Massau gesehen? Wisst ihr, wo er ist? Was ist das? Achtung an alle Besatzungsmitglieder, wir haben die Erde erreicht Den Superfangstrahl aktivieren Mit noch nie dagewesenen Spezialeffekten Herr General, gibt es nicht irgendeinen Weg, um die beiden zu retten? Meine Damen und Herren, wir haben Anweisungen zu kapitulieren Solange ihr nicht versucht zu fliehen oder gegen uns zu kämpfen Merkt euch das Mit technischen Mechanismen, die bisher noch nie auf der Leinwand zu sehen waren GAMERA, ergieb dich uns, lande! Aus der Verschmelzung der Außerirdischen entsteht ein Monster namens Viras Die Geißel der Menschheit Wird GAMERA die Erde erneut retten können? Das böse Monster Viras muss bezwungen werden Sonst ist dies das Ende der Welt GAMERA gegen Viras Frankensteins Weltraummonster greift an In ihrem Filmtheater